Wie begrüßt man sich auf einem Schiff? Natürlich wird immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Oder einfach nur Ahoi. Sehr genial. Wir sind immer noch mit der Dresden unterwegs. Genau da wo wir im letzten Part aufgehört haben. Wir haben jetzt schon irgendwie bessere Geschütze, zumindest weil die sich schneller wieder nachladen. Und wir starten gleich in die nächste Runde. Und bin schon mal gespannt. Ja, aber vielleicht haben wir eine neue Map zu sehen. Kreuzer, neun Kreuzer, fünf Kreuzer, neun Kreuzer, was tut der da? Keine Ahnung. Jetzt habe ich schon bei World of Danks überstanden, was da immer gestanden ist. Okay, Polar wieder einmal. Polar wieder einmal. Also die käme halt mittlerweile, glaube ich. Ich glaube, die haben wir schon nach vorne gesehen. Wie viele Maps gibt es eigentlich? Zwei. Ich glaube auch, dass es nur zwei gibt. Yeah, untere Seite. Ja. So. Ich gehe mir mal nichts aus. Zwei. Drei. 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 Neunundzwanzig. Sechundzwanzig. Fünfundzwanzig. Dieses Mal nur eine Nassau, die ins Ficken wert ist. Ja das haben wir wirklich auf der anderen Seite, ne? Ja und wir haben nur eine Nassau, die ins Ficken wert ist. Tatsächlich. Wir haben aber da 27.000 Schaden anbricht. Aber dafür haben wir eine St. Louis. Ja. Das ist auch Level 3er. Und der Dertzki. Aber das haben wir alle selber auch. Also sehr ausgeglichen, finde ich sehr gut eigentlich. Nur wenn wir mit denen in Konflikt kommen, wird das trotzdem nicht so gut ausgehen. Wie man im letzten Teil schon gesehen hat. Könnt ihr mal vorbeischauen. Da haben wir zu zweit gegen ein 3er Schiff gekämpft und haben es so geschafft, dass wir beide drauf kommen und sein und das Gegner Schiff. Ja, nur du hast den vernichtenden Schlager und hab das Gegner Schiff gehalten. Ja, er hat mich getötet, also abgeschossen. Er hat ihn so einen Moment noch abgedruckt und das hat ihm gerade nachher noch getötet. Dann kann man sich den Wurschen wie knapp das eigentlich war. So. Erst einmal die Map anschauen. Wenn wir uns einmal viel zu flankieren. Okay, wir können ja gleich mal auf die Flanken fahren. Haben wir noch nie probiert, gell? Ja, ich fahr jetzt mal ganz auf die Seite. Ich hab's nur nicht so gut mitgekrieg. Weil die Gegner Schiff ja immer als erstes Flanken gekommen sein, und wie die gleich hingewacht haben. Ja, ist ja egal. Ob der Schiff sie geht, feiere ich auf das. Weil ich wurscht, wo ich stehe eigentlich. Ich bin einmal gespannt, wie die Geschütze jetzt abgehen. Wir können dann weiter schießen, oder schnallerloch? Weiterschießen können wir, gell? Nicht schnallerloch. Oh, gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Das sind aber noch außer Schuss. Aber das ist schon einmal die Dresden. Ich brems schon einmal. Das taugt mir. Da ist noch eins. Das kann ich auch treffen. Mit ein bissel Glück. Bist du Deppert, Alter. Der hoch geht schon so richtig bei dem, oder? Okay, ich glaube, ich muss... ein bissel anders zullen. Ich glaube, der hat schon den französischen Gong reingedockt. Oh, ich schieße irgendwie nicht. Ja, ja, ich merke es immer. Ich triefe so 30 Meter Fuß schief. Nein, ich schieße 30 Meter. Aber es ist glaube ich das selbe... Nein, es ist ein amerikanisches. Ey, jetzt habe ich einmal getroffen. Ah, ihr habt schon einen Rückwärts Gong drin. Ich schieße doch hin. Ich möchte auch nicht auf dieser Insel wohnen. Oh, jetzt kommt er von... auf der rechten Seite vom... irgendwas. Oh, viel zu hoch, viel zu hoch. Oh, jetzt habe ich etwas getroffen. Oh, oh, oh. Oh. Ähm. Ich glaube, ich sollte mal woanders hinfahren. Weil ich bin da voll... im Ziel der... gegnerischen Einheiten. Äh, ich sehe nicht auf dem Motten. Ich sehe gerade so viele. Oh, ich sehe jemanden. Oh, der ist genau vor mir, ne? Feuer wird eröffnet. Boah, der Hund ist schnell, der bist du narrisch. Oh, das war... leider ein bissl zweit nach vorne. Ja, jetzt habe ich aber die Linie erwischt, gell. Oh, das war... Ich sehe dann eine Verlundung in der Marine. Sorge da. Oh, Bernie. Ich bin so gut wie ihn. Ich wäre komplett zerschossen. Ich weiß nicht, wo ich bin, Alter. Ich bin, glaube ich, dort, wo gar nichts los ist. Ich bin, glaube ich, dort, wo gar nichts los ist. Ich bin jetzt einfach nur in die Mitte. Nee, der hat die anderen. Aber jetzt fahren wir mal in die Mitte. Voll den Kopf aus. So, das war einmal der Volltreffer. So, das finde ich schon immer gut. Ich bin fast down, aber ich bin in Sicherheit, glaube ich. So, der Autopilot fährt. Oh, da klemmt. Heißt das, ich kann jetzt nicht mehr wenden, oder was? Ich kann jetzt nicht mehr steuern. Ah, okay. Repariert. Wie, ich habe mich in die Front gesetzt. Oh, ich habe mich in die Front gesetzt. Komm mit Autopilot. Oh, hatte ich umgesessen. Hast du mir zu, oder? Nein, nein, ich lebe noch. Ich lebe noch. Aber ich triff den gerade ziemlich hart. Der, was da fährt. Oh, mein Maus geht ab. Hey, ich klicke. Was ist denn, wie ich klicke? Ja, was ist denn, wie ich klicke? Oh, ich habe noch nicht so viel getroffen, was? Oh, Maria, macht so keine Kollision. Ich will kein Team Team machen. Ja. Was ist jetzt? Sieger, was? Wir wohnen, oder was? Huh. Ja, hey, wir sind nur noch hier. Hey, wir haben den Auftrag abgeschlossen. Ich habe zwei Ausfälle verursacht. Vier, fünft Zieltreffer. Zwei haben den Bronzess. 14.000 Schaden. Du? 11.240 Schaden, eine Fuchzeltreffer und einmal im Bronz gesetzt. Sehr gut, ja. Hui, war fast draufgegangen. Aber das Schiff ist natürlich wieder in Ordnung. Können wir die Dresden aufrüsten? Ich glaube, ich noch nicht. Nein, noch nicht, nein. War gleich nach oben gespürt. Aber wollen wir den Rumpf noch gar? Ja, klar. Ja, brauchen wir ja. Das nächste Schiff. Stimmt, den Rumpf hätten wir machen müssen, ne? Stimmt. Ja, einfach direkt ins nächste Gefecht starten. Sowieso. Mit Dresden. Dresden. Das deutsche Kriegsschiff Dresden. Auf den Salomen. Salomen. Auf jeden Fall einmal eine neue Map, ha? Gibt's denn das? Herrschaft. Wer nehmen oder wie? Wo ist Herrschaft jetzt? Es ist das gleiche. Salomen, Herrschaft. Tatsächlich. Einfach alle Schiffen hier schießen. Ja, du bist bei mir oder einer mitten drin sein, hä? Sagen wir entweder selber hin oder der Gegner. Ich glaube, wir sind alle eher selber hin. Naaay. Ein paar geile Mappes. Shitet vorne. Richtig geile Ersägung. Wo bist du? Hä, warum bist du da drüben jetzt schon als rosa-rot markiert? Wie geht denn das bitte? Äh, wo bist du? Das Teamkiller. Achso, du bist da vorne. Okay. Ich bin gerne mal ganz vorne. Der Autopilot wird gerne mal durch her fahren. Ähm. Fahren wir wohin? Rechts. Rechts. Zu Alpha oder so mittig B? Ja na, so mittig. Hinter der Isle eigentlich. Ja, okay. So, dass wir auf Alpha sich. Auf Alpha. Mhm. Alpha Alpha. Ja, aber wenn wir im B drin sind, dann sind unsere Gegner auch schon im B drin. Verstehst du das? Was ich mein? Joa, aber... Äh. Okay, wir machen unschallend unseren Kurse. Fertig her! Aaaaaah! 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 Bum! Aaaaaah! 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 Wie ist das drum? Der ist mal richtig dumm, Alter! Aaaaaah! 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 Wisch, das ist nicht viel passieren! Na, das Mini, das, das haltet und zieht davon ab. Ich mein, abzuschleffen. Es wird viel passieren! Aaaaaah! Das, das schaut sie weg hier! Aaaaaah! Aaaaaah! Der Wasserhintritt schaut sie weg! Aaaaaah! Aaaaaah! In kurzen Zeit habe ich gedacht, hey! Wie genug da! Ja! WTF! Alter, bitte dreimal die Kamera um 180 Grad nach rechts! Schaut da drüben einfach ganz anders aus! Also mit 180 Grad nach rechts! Wenn du jetzt nach vorne schaust, 180 Grad nach rechts! Ja, wenn du jetzt nach vorne schaust, 180 Grad schaust! Hinten ist sohn, ja! Ja, und links, die so blauen vorne ist einfach voll hässlich! Warum fahren wir da hin, wo es hässlich ist? Ja! Klar sein! 24,7 Grad! Irgendwie gefällt mir die Map nicht so gut! Muss jetzt einmal 3-Tock fahren! Irgendwie kann man ja auch Flugabwehr benutzen! Irgendwie kann man ja auch Flugabwehr benutzen! Oh, leider nix! Ja, ich nehm da einfach auf, ich will es den Flieger nicht erschießen! Ja, aber es gibt ja Flugabwehrgeschütze oder sowas, glaube ich! Ich weiß nicht! Vielleicht erst später einmal! Im Level gibt es doch keinen Flugzeugträger, das ist mir eigentlich egal! Ja, aber es gibt auch so einen... Habe ich gesehen, bei Level 10er, die haben so ein Flugzeug aufm normalen Stift drauf! Wo alle 1! Ah, siehst du da vorne kommt schon einer! Ja, die fahren halt die meisten... Warum werden wir da langsamer? Ja! Wahrscheinlich, weil ich mit dem Auto belohnt fahre! Na, ich wär auch langsamer! Vielleicht geht's aufwärts! Vielleicht geht's aufwärts! Ja, das war natürlich nur ein Scherz! Ja, der ist schon einmal gut! Den trifft man gar nicht! Warte mal! Vielleicht schon! Ja, jetzt trifft man! Sehr schön! Aber er schaut ziemlich groß aus, irgendwie! Okay, das war schon einmal richtig verkackt, weil ihr... Jetzt stopp! Ja! Ja! Die Sturten gehen nicht zwischen den Öffeln tief! Na, wirklich nicht! Ja! 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 Ich bin jetzt noch gar nichts getroffen! Ja! 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 Hier ist der Drehber! Ey, bis jetzt immer noch nichts getroffen... Ey, jetzt zaubern mal! Ja, jetzt saubern mal! Jetzt wirds wieder spawnend, jetzt kommt wieder unser Spitz fließt. Das ist aber auch relativ ein großes glaube ich. Irgendwas habe ich im Pond gesetzt. Den ist keine Geschichte. Sehr gut. Er ist weg, das heißt wir können auch mal Alpha ganz geblieben sein. Äh, hinten kommt schon einer, außer in unser Buch. Na, na. Ich glaube, das war eine von uns noch zwei. Hier vorne, jetzt haben wir den Kreis. Boah, das ist eine Ahnige-Level-3-Ager. Uh, ja. Ich glaube, das war der 3er, den wir mir ausgeschlagen haben. Ich glaube, das war einer, ja. Noch haben wir keinen Schaden genommen, außer den, unseren Kollisionsschaden, gell? Na. Wer weiß, das ist doch nix, gell. So, jetzt haben wir mal Alpha eingegangen. Eroberung unterstützt. Na, ich bin noch nicht ganz gut. Wie viele Treffer hast denn du schon? Wo sie, ach so oben, äh, 46, du? Alter. Mit dir los. Ich bin 20. Wenn wir sie einfach flankieren, oder? Das sind sie ja alle bei Bravo. Das sind sie ja alle bei Bravo. Und anders schießt schon her, oder? Uh, da geht's schon rund. Sieht man da schon was, oder? Da ist der Berg noch. Ich hätte gern ein Schiff mit 100 Knoten. 100 Knoten, Alter. Das triffst du doch mal. Man, 24 Knoten sind auch schon fast 50 Knoten, oder? Man, das ist schon nicht so langsam und so schief. Sagen wir mal so. Jawoll. Volle Kraft zurück. Ja, ich auch schon. Aber ich weiß nie, wo ich hinfahre. Das ist das nächste. Wenn du hinter mir bist, würde ich das nicht gewesen. Aber dann bin ich rein gefahren. Ja, ich meine. Wie immer g'sengern. Machen das nicht. Ja, der kriegt grad ziemlich. Ziemlich. Rope, gell. Was ist denn, was der sich da denkt? Ampfluch da herfahren. Es ist der tot. Was? Ich hab ihn hingemacht. Sehr gut. Aber ich fahre schon wieder Vollgas rückwärts. Ja, ja. Voll Vollgas. Nein. Stopp gibt's irgendwie bei uns nicht, gell? Nein. Ey, wir waren nur da so geil. Aber so synchron, Alter. Voll, ist das auch noch so geil, wenn wir ein paar an die kleinen Schiffe haben. Es ist synchron schwierig, Alter, mit der Dresden. Ich weiß nicht, ob wir einfach so gut sind oder ob wir einfach immer ins gute Team kommen, Alter. Ich weiß nicht, ob wir einfach so gut sind oder ob wir einfach immer ins gute Team kommen, Alter. Ich glaub, wir sind einfach gut, wenn ich spiele. Herrlich. Boah, das ist voll witzig. Das ist echt voll witzig. Das ist echt voll witzig. Feuer, nach eigenem Ermessen. Ob wir irgendwo hin? Ja, da hinten werden wir mal irgendwas treffen, oder? Wir werden mal ein bisschen lenken. Ich weiß nicht, ich schieß einfach mal. Die Lenk haben wir in die Richtung, damit wir ein bisschen... Hey, den treffen wir aber. Ich glaub, die Munition kostet eh nix. Ja, wir haben ja, ich glaub auch unendlich viel cool. Hä, was hat mich da? AP Munition? Oh, die Driefinger. AP ist... Ja, das macht mehr Damage. Ich glaub, das ist aber leider gegen Schwäu Schiefe. Das ist nicht zu durchschlagen, glaub ich. Nein, ich glaub, dass eben, dass es stärker ist, aber eben an viel höheren... Ähm... Ähm... Dingsbums. Wie hast'n das? Ja, dass es auf Entfernung halt ungenau ist. Oh, der hat da manchmal 1.800 worden geworden. Ach, seibe. Dir. Von mir auf den. Wieso? Oh, der hat mir doch... Oh, er kann schon irgendwo. Er trifft mich nicht mit der Dambe. Ich find's lustig, dass man den einfach... ...so schön vorn rein schießen kann. Aber irgendwie bringt das Geschütze wechseln gar nix. Kann ja sein. Ah. Weil zumindest bei dem Schiff... Der schießt nicht nur mit dem, mit der kann. Ja. Aber beim anderen Schiff ist man sofort... Na, okay, auch nicht da. Ah, nicht. Der schießt nur mit dem, mit der kann. So, jetzt warte mal, bis alles durchgeladen ist. Okay, so in der Position muss ich seitlich zurbestellen. Mit dem Raum jetzt anfangen, oder? Ah, von vorne, der ist nie mehr. Ja. Oh, jetzt, das hat noch mal... Jetzt haben wir da den Sound schief gemutet, gell? Wer ist denn da zu mir eingefahren, ha? Was? Du bist voll in mir eingefahren. Ich weiß nicht, oder was? Ich hab nicht davon geschaut, wie ich hingefahren habe. Nicht einer. Ich denke gleich, aber sie sind da los. Ich krieg voll viel Damage. Dann zieg die neben mir da hinten. Keine Ahnung, wie ich den jetzt getroffen hab. Ah, der ist voll schnell. Jetzt läuft voll weit hinter. Oder? Ja. Der fährt der gar nicht, oder? Ach, wohl, jetzt fährt er. Ich glaube ich schieß aufwanderer. Ich glaub ich schieß aufwanderer. Ich glaub, ich schieß aufwanderer. Ich weiß aber, ob ein besseres Schiff das ist. Der hat grad vor mich. Ah, du schießt aufeinander. Ach so, da ist direkt vor uns eins. Ja. Aber ich kümmere mich nicht drum. Ich mein auch. Sollts ja ausgehen. Sehr gut. Ich. Boah, easy, easy, alter. Easy. Ich hab wieder keinen Kill gemacht. Aber, 56 Treffer. 3 M-Bron gesetzt und 51 Zieltreffer. 15379 Schaden. 10900. Aber dafür mehr Zieltreffer. Sehr gut. Richtig geil, ohne Witz. So, dann schauen wir noch mal kurz in die Forschung. Äh, nicht Forschung, Modula. Die Dresden, was bringt uns das? Jetzt gehen wir uns mehr hinfahren. Jetzt hält ja die Dresden mehr aus. Überlebensfähigkeit und Manövrierbarkeit. Plus 3 und plus 1. Sehr gut. Erforschen. Kaufen. Vergesst du das? Auch der 30. Nix. Wir haben schon 932. Ich hab noch 915. Ich hab wohl nicht so viel verdient wie du. Da haben wir einen Schluck. So, jetzt brauchen wir halt ein bisschen. Wir haben noch starke 2-Fahrung. Ähm, bis wir die Kohlberg kriegen. Hier, 114. Und ja, dann beende ich den Bad jetzt hiermit wieder mal. Wir sehen uns dann im nächsten Bad wieder. Ich mach das immer so 2 Runden. Ich glaub das ist sehr gut. Ja, passt. weiter. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Und ja. Ciao. Eine Handbreite Wasser unter dem Kiel. Oh mein Gott. Ciao. Ciao.